Nach dem Lehrabschluss fühle ich mich erleichtert, es ist dauern, seit drei Jahren haben es sich gelohnt und es ist jetzt vollbracht, ich habe das Zeugnis in der Hand und möchte das auch jetzt so stolz weitertragen. Ich fühle mich jetzt nach dem Lehrabschluss sehr erleichtert, es ist doch etwas Grosses, was ich geschafft habe für mich und für die tolle Ausbildung, die ich jetzt hier hinter mir habe. Was sich bei der PLKB gelohnt hat, ist, dass man drei Jahre super Leute kennengelernt hat. Man durfte auf einer Bank arbeiten, die für seine Mitarbeiter sehr viel schaut, die sehr viel Wert legt auf die Mitarbeiter. Man durfte Bereiche sehen, die nicht jeder hineinschauen kann und auch die Leute kennenlernen, die auch für die weitere Zukunft sicherlich hilfreich sind. Von dem her das Samtbild, das man in diesen drei Jahren sieht und erleben darf, das ist auch für das weitere Leben sehr positiv. Ich fühle mich sehr erleichtert, ich bin froh, dass ich durchgekommen bin, es ist ein mega steifes Herz gefallen, als ich gewusst, dass ich bestanden habe und ich bin sehr glücklich und freue mich auf meine Zukunft. Ich habe sehr viele Eindrücke sammeln können, von verschiedenen Abteilungen, sei es Firmenkunden, Private Banking oder auch am Schalter und viele Erfahrungen mitnehmen können und doch setze ich auf jeden Fall.